Die Beschleunigeranlage bei Medostron läuft 24-7, das heißt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. An den Wochentagen von Montag bis Freitag gibt es Patientenbehandlungen und an den Wochenenden steht die Beschleunigeranlage der Forschung zur Verfügung. Und all diese Strahlzeiten, die da zur Verfügung stellen, müssen wir natürlich entsprechend organisieren und verwalten, für die unterschiedlichen Gruppen, die Interesse haben, diese Strahlzeiten zu nutzen. Und wir bereiten dann entsprechend diese Strahlzeiten vor und überlegen uns auch, was mit dieser Strahlzeit gemacht wird. Das heißt, wir erstellen ein Forschungsprogramm und dieses Forschungsprogramm wird dann entsprechend abgearbeitet.